Sie möchte mehr vom Leben und steckt voller Pläne. Dafür verlässt Beatrice Egli, 35, auch gern ihre Komfortzone. Im Podcast mit den Waffeln einer Frau von Barbara Schönebecker, 49, plauderte die Schweizerin offen über ihre Schauspielambitionen. Dabei offenbarte sie, dass sie nicht nur von Rollen bei Rosamunde Pilcher und Stimberg Doktor träumt, sondern sich auch vorstellen könnte, eine Gastrolle auf dem Traumschiff an der Seite von Florian Silbereisen, 42, zu übernehmen. Während der charmanten Sängerin für einen romantischen Pilcher-Liebesfilm bereits ein Angebot vorlag, welches sie aus Termingründen leider absagen musste, wartet sie auf den Anruf des Traumschiff-Kapitäns noch immer. Leise Wehmut liegt in ihrer Stimme, als die temperamentvolle Blondine verrät Ich habe nicht einmal vom Florian eine Einladung auf sein Schiff. Ich singe ein Duet mit ihm, aber vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, dass wir zusammen auf Schifffahrt gehen. Wie sollte der Bayer ihr diese eindringliche Bitte noch länger abschlagen können? Schließlich ist Beatrice Egli wie ein appetitliches Marzipantörtchen und zu voller Lebensfreude, wie es seine Moderationskollegin Barbara Schönebecker im Podcast auf den Punkt brachte. Punkt Beatrice Egli, die Schauspielbranche könnte ihre Zukunft sein. Außerdem sollte Beatrice Gesangskollege wissen, dass jeder Titel auf ihrem aktuellen Album Balance eine Bedeutung für sie hat. Besonders das Lid Herz gesteuert ist ihr ein wichtiges Anliegen. Beatrice lässt auf jeden Fall nicht locker, was ihren Herzenswunsch angeht, und scheint dem TV-Gastgeber zuzurufen. Flori, erfüll mir endlich meinen Traum. Schließlich gibt sie mit einem strahlenden Lächeln noch Preis. Vielleicht ist jetzt noch Zeit für die Musik. Und irgendwann dafür gar nicht mehr, dafür voll für das Schauspiel. Das könnte ja alles passieren. Dieser Artikel von DK erschien zuerst in der Print-Ausgabe von Woche der Frau. Weitere spannende Star-News liest du in der aktuellen Woche der Frau, jeden zweiten Mittwoch neu am Kiosk. So haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen sich kennengelernt. Bekannt wurde Beatrice Egli in der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar. 2013 gewann sie die zehnte Staffel der SDS und komponierte den preisgekrönten Song Mein Herz zusammen mit Pop-Citan Dieter Bohlen, 69. 2014 gewann sie dann den Echo als besten Newcomerin und der Rest ist Schlager-Historie. Doch schon 2007 machte sie sich in der Schweiz einen Namen als Musikerin. Im April 2007 schaffte sie es in den schweizerischen Vorentscheidungen des Grand Prix der Volksmusik. Damals lernte sie wohl auch schon Florian Silbereisen kennen, der im gleichen Jahr das Herbstfest der Volksmusik moderierte, wo Beatrice Egli erste Erfolge feiern durfte. Punkt Florian Silbereisen war aber von 2008 bis 2018 mit dem deutschen Megastar Helene Fischer, 38, diiert. Er erlangte schon 1999 seinen Durchbruch in der Schlagerwelt, als er bei der Schlager-Ikone Carmen Nebel, 66, über Nacht bekannt wurde. 2004 wurde er dann ihr Nachfolger als Moderator der Feste der deutschen Volksmusik. Ein historischer Moment, denn mit 22 Jahren war er der der jüngste Moderator des deutschen Fernsehens. Inzwischen ist Florian Silbereisen als Kapitän in der ZDF-Kultserie Das Traumschiff zu sehen. Wer weiß, vielleicht holt er dort ja auch mal Beatrice Egli vor die Kamera. Immerhin hat die entspannte Schlagersängerin als junge Frau in Hamburg Schauspiel studiert. Im TAF-Interview erzählt sie, was sie aus dieser Zeit am meisten geprägt hat.